hallo und willkommen bei red dogs und ein neues projekt so das ist eine speedrun spiel und da ist eine spezielle gäste bei mir der max so wir fangen an anspiel wir haben schon testen versuchen wir sind noch nicht die profi aber okay sie werden sehen so single player und wir fangen diese ganze level 1 bis level 7 hat der max alles geschafft dann fange ich an und dann der max ist so jetzt immer schnell gehen und springt und jetzt einmal geschafft guter zeit okay für den moment wie wir kommen weiter hier war das ah nee jetzt ich weiß nicht mehr jetzt hier muss ich was ich weiß nicht dass ich jetzt noch ein special play ahja oh mein gott er hat überlebt was ist hier los vielfalt er warte er ja firestorm jetzt ist der max jetzt gewinnen mal wieder wird es hier wird es wie du es ist ein weiter so so Ich gewinne immer, du verstehst, ich gewinne immer wie Pizza, Pizza ich zu Pizza mache. Das ist Trampoline. Trampoline-Aktion. Juch dit, ju ardit. Nee, das ist nicht dit. Trampoline. Ja. Ach, aber auch nach hinten. Jawohl. Finisher, 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 Finisher. Das hat man hört, was ich kurz da machen. So, nächster Level. Ihr muss mal Fire geben, das weiß ich. Aber jetzt kommt schwer. Das habe ich auch einmal geschafft. Und es war aber richtig, richtig schwer. Und das habe ich schon mal so gemacht. So. Ich versuch. Das Spiel macht schön Spaß. Ja. Sehr. Ja, jetzt hier, ah. Sehr spaßig. Sehr spaßig. Nein, Spaß. Oh ja. Oh ja. Zack. Bam. Bam. Nein, Mama. Alter, Mama. Okay. Maschalade, Mama. Ja. Ja, der hat barbecue gesagt. Ja, der hat barbecue gesagt. So, jetzt. Du kannst. Ah, das Level. Das ist geil. Guck. Und dann mache ich den da. Und dann mache ich den da. Und dann habe ich Gravity. noch mal hochspringen. Sehr gut. Ich rasche da jetzt durch. Und da sind wir. mit dem Fliegen. Das ist voll komisch. Mieter. Ah. Flappy Bird Flappy Bird Aber nur noch Ok Ich glaube ich habe verstanden mit die Gravity Die Bedeutung Jürich Er ist Pid Was war das? Wie schön Side-Lead oder oben Ja Pid Oh Ja 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 Here we go again Ja Ja Ich wollte eigentlich nicht so Au da komm schon noch Ja aber nicht so So Wir starten wieder Guckt auf meinen Kanal Max Kreuter vorbei M-A-X-K-R-E-U-T-E-R Also Max Kreuter und EU Ich habe jetzt zwei Videos Und es kommt wöchentlich ein Video immer raus Danke 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 Nein Nein das war so knapp Hm Ich war der erste das eigentlich durch geschafft Ja 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 Schade okay Aber jetzt Ich bin zu hoch Ich bin zu hoch Ich bin zu hoch Ja Ja komm komm Later Nein das war ein Schlepp Wie kann ich kurz sein mit so kleiner Schlepper Es ist vielleicht meine Hose nach kurz Mann Aw Jähäß Es ist eine Okay Oh Level Select Oh nee Ich habe falsch gedrückt Ah wir sind immerhin Okay Können wir nicht die Regime überspringen? Nein, kann man nicht. Der muss ein Team. Das ist bestimmt. Ich habe die ersten Dinge gepasst. Scheiße. Schreibt mal in die Kommentare, ob jemand 5 online auf der PS3-Spiele schreibt. Können wir mal was aufmachen und was aufzupacken. Der ist ausgepackt, der könnte das Spiel haben. Die meisten haben die Spiele. Ja. Ich habe ihn nicht frei. Na ja. Ich habe den Ball. Ja. 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 Oh mein Gott, ich habe ihn mit ihm gefasst. Oh, Dominated. Mit Trophäe. Ich bin der Beste. Ich bin Uno und ich bin Uno. Ich bin ... 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 dann kann ich ein bisschen in der Luft rumballern. Okay, ich geh' weiter. Okay, wir enden diese erste Part. Kurzfassung, das geht weiter gleich. Bleiben Sie dran. Das geht immer noch weiter. Bis gleich. So, zurück in unser Spiel. Jetzt bin ich allein und ich mach' allein. Ich versuch' weiter. So fünf, sechs Minuten oder acht Minuten. Mal sehen, wie lang. Wie das geht einfach. Aber das ist ein interessantes Spiel. Muss ich zugeben. Okay, jetzt. Alles schnell machen. So. Jetzt ist einfach immer die Zeit. Oh, ich bin schon vorbei. Super. Okay, erste Versuchen. Vorbei. So. Jetzt. Okay, jetzt. Ich muss wieder... Ah. Ah. Das ist wieder zu spät. Okay, ich kann wieder... Exzellent. Exzellent. Ja, ja, ja. Das ist gar nicht Exzellent. Ich glaub', da braucht... Muss man einfach... Oh. Okay. Ich versuch' mal einfach ohne diese... Kranzel. Ah. Ah. Ich eng fest. So, jetzt. So, jetzt. Ah. Exzellent. Nein. Das ist vielleicht nicht die gute Weg. Okay. Und jetzt. Ah. Das ist schön was. Sehr interessant. Okay. Neue Versuche. Und jetzt. Ah. Exzellent. Nein, nein. Das ist nicht Exzellent. Okay. Here we go again. Here we go again. Jawohl. Faster. Faster. Ja, jetzt. Ah. So, krabb. Ei, 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 ei. So, jetzt. Achtung. Was ist passiert? Da war ich. Auf einmal blaue. Okay. Vielleicht sollten wir anfangen. Ich versuch' noch einmal. Und dann. Ich versuch' mit euch. Dieses Speedrunner. Modus. Zu erstarrt. Okay. Jetzt. Ich glaub' ich hab's. Ich weiß jetzt. Okay. Aber alles zum and... Boah. Da ist keine Zeit mehr. Da ist keine Zeit mehr. Boah. Ich versuch' mit euch. Das Speedrun. Floor 1. Locked. Okay. Wir müssen erst für ein Speedrun. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Was ist dann Extended Play? Okay. Neu Modus. Ich kenn' mich nicht aus. Mit dem Spiel. Erstmal, dass ich spiel' das. Und wir fangen an. Kurze. Boah. Was ist hier los? Oh. Oh. Okay. Oh. Oh. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Alles gibt's noch nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Ah. Ah. Zeit ist abgelaufen. Ah. Da ist bestimmt nicht was zu machen. Aber was? Okay. Ich muss... Ich bin wieder gefahren. Das gibt's doch nicht. Ja, super. Ja, super. Okay. Das muss ich das nächste Mal wiederholen. Aber das ist ein kurzes Projekt. Aber hier muss ich rein. Ich versteh' nicht. Wie kann ich... Wie komm' ich rein? Ja, jetzt ist alles abgelaufen. Okay. Das ist jetzt alles abgelaufen. Ich kann einfach mich wieder noch einmal... Neu empfangen. Neues Glück. Okay. Uah. Das hab' ich nicht erwartet. Und tschüss. Okay. Noch einmal. Und jetzt. Vielleicht muss ich hier etwas machen. Ah. Ja, jetzt ist zu spät. Oh, und ich... Das ist schon ein gutes Spiel. Muss ich zugeben, he? Speed... Äh... Run. Ah, ja, 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 ja. Beste Zeit ist... 18 Sekunden. 75. Okay. Dann mal gucken. Ah, und ich bin wieder tot. Okay. Okay. Ah. Das ist hier... Das teile? Ah, jetzt bin ich eingesperrt. Ha! 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 Ah, super! Ah, jetzt... Und... Und... Jemand mich raus? Ja. Jetzt. Jetzt war's sowieso. Ich war eingesperrt. Und... Okay. Und ich mach tschüss. Okay. Noch einmal. Letzte Versuche. Und ich schneide alles. Und... Okay. Das war exzellent, sagte er. Ja, 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 ja. Ich finde das nicht, das war exzellent. Aber... Ich hoffe, sie haben ein bisschen... Äh... Einen Anblick gehabt auf dem Spiel. Er ist nicht schlecht. Ich muss zugeben, er ist gut. Aber... Allein für mich, das ist schon ein bisschen... Herausforderung. Aber... Wir schaffen das die nächste Mal... Glauben sie mir nie. Okay. Ich wünsche euch allen was. Und... Ciao!